Es ist nicht nur das definitive Ziel in Form von Zahlen. Wir wollen den Umsatz machen, jenen Umsatz. Wissen Sie, Umsatz zu machen und Gewinn zu machen, das ist für den Unternehmer vielleicht sexy, aber nicht für die meisten Mitarbeiter. Definitiv. Schönes Bild mit dem Steinmetz. Auch wegen der Antwort in zehn Jahren möchte ich auf Ihrem Stuhl sitzen. Sie können lachen und ich bin überzeugt, Sie meinen es ernst und Sie finden das wirklich eine gute Aussage. Ich behaupte jetzt aber, 90 Prozent der Unternehmer haben ein Ego-Problem und das ist dann natürlich persönlich. Was der will, mir den Stuhl wegnehmen oder so? Aber eben, Kulturwandel, ich glaube, es beginnt wirklich im Kopf. Das ist das. Das ist sehr, sehr entscheidend und ich formuliere das mal so ganz hart, wie ich es auch sehe. Diese Unternehmer, diese Kulturwandel nicht mitmachen, fürchte ich, dass in zehn bis 20 Jahren das Unternehmen nicht immer existiert. Ja. Sie haben heute keine Wahl. Generation Y. Frag danach und will Perspektive haben, will wissen, was ist mein Beitrag in dieser Kathedrale oder in diesem großen Unternehmen. Das wollen die wissen und wenn der Patriarch dann mehr sagt, also pass mal auf, darum kümmere ich mich, dieses Unternehmen wird es nicht mehr geben. Warum? Aufgrund der Demografie werden wir immer weniger Fachkräfte haben und Fachkräfte können sich heute schon auswählen, wo sie hingehen. Ich lehre hier an zwei Hochschulen, einmal hier an der Hochschule, der Technischen Hochschule aus Westfalen, aber wo ich auch ab und zu bin in St. Gallen, in der Schweiz. So. Und da kann ich wirklich eines sagen, gute Leute, ich unterrichte Master international, Master ein Jahr bevor die fertig sind, die haben fünf Angebote. Okay. Die brauchen sich nirgendwo mehr bewerben. Und wenn das ein Unternehmer nicht registriert, dass ich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehe, wird er diese guten neuen Leute nicht mehr bekommen. Und ich sage mal ganz einfach, sein Unternehmen wird auch sterben. Ja. Wie die Dinosaurier. Genau. Ja. Das ist es. Und man hat heute quasi keine Wahl zu sagen, ach, dieses New Work oder was die jungen Generationen haben, Work-Life-Balance, das finde ich blöde. Das ist die Zukunft der Zeit. Man muss auf diese Bedürfnisse eingehen. Sehr schön. Und wenn wir sagen, okay, es beginnt im Kopf, finde ich gut, wissenschaftliche Daten mal zu Gemüte fügen. Ja. Da kommt mir auch den Steven R. Kabi in den Sinn, der macht weltweite Befragungen, Rangliste, was sich die Mitarbeiter wünschen. Da steht da Platz eins, immer bis vier, Stolz, Anerkennung, Respekt, Wertschätzung. Und Platz vier ist dann der Lohn, ne? Ja, genau. Ja. Ja. So. Ich wollte das bestätigen so. Okay. Gut. Sie haben ja damals als HR-Leiter gestartet bei Phoenix Contact. Und was gab es dann? Gab es dann irgendwie einen Anstoß, wo Sie sagten, ich will jetzt das Konzept ändern und den Mitarbeiter ins Zentrum stellen? Oder hat sich das so irgendwie langsam, ja, ergeben? Nein. Ich hatte mir diese Vision ziemlich früh gegeben. Ich bin jetzt fast 31 Jahre im Unternehmen. Ich hatte mir diese, damals hatte das Unternehmen 1200 Leute, heute über 17.000. Großes Wachstum. Und ich hatte mir eins gesagt, wir Phoenix Contact sind einfach nicht bekannt. Erstmal reines B2B-Business. Kennt keiner. Sie können unsere Produkte in München am Baumarkt kaufen. Erstens. Zweitens sind wir in der Provinz. Nicht in München, nicht in Hamburg, so Deutschland und Berlin, wo jeder sagt, da will ich hin. Damals war mir schon klar, dass wir die demografische Herausforderung haben werden. In ganz Europa. Also weniger junge Menschen, dadurch auch weniger Fachkräfte. Und da habe ich gesagt, wir müssen es anders machen als Microsoft, Googles oder Porsche oder Mercedes. Namhafte Unternehmen. Ja, und Elektrostecker für die Elektronik sind ja nicht so sexy, ja? Ja, nee, nee. Wir müssen also erstmal als Unternehmen uns mehr sexy darstellen. Damals hat es man noch nicht so genannt, heute nennt man das Employer Branding. Als Arbeitgeber eine gute Marke sein. Das habe ich damals gesagt, weil wir halt neben dem Nachteil, kein bekanntes Produkt, kein Konsumerprodukt sind, noch dem Nachteil auch in der Provinz zu sein. Zwei große Nachteile. Und da habe ich gesagt, wir müssen das Unternehmen dahin bewegen, dass wir einen guten Ruf als Arbeitgeber haben, Arbeitgeberattraktivität.